herzlich willkommen liebe leute zum neuen part von let's play super mario party endlich geht es wieder weiter integriert auch mit meinem kollegen den samuel er ist auch wieder da ist ein bisschen müde aber so ist es ja hallo wir tun hier aber du machst das halten ist ja keiner bock keiner bock wir haben alle bock wir müssen es irgendwann aufnehmen so ja wir machen weiter mit spielbrettern wir hatten ja schon das und das hatten wir auch schon und das ist nichts was uns bevorsteht riesen obstparadies und den fahrer ist so vielleicht besser keine ahnung es ist neues mikro alles drum und dran mir meine chips mal rüber das hat man übelst ist auch da ganz kurz rasseln dann noch nicht mehr so dass wir mal gespannt wie die spielbretter als er sieht schon mal geil aus wir kommen in truppen paradies abenteuer ihr habt hoffentlich sonnencreme dabei ja du bist im ersten mai oder nein wie sieht es mit den regeln aus sollen wieder regeln durchgehen nein gut da benötigen wir jetzt die reine folge der spieler bitte würfeln ja komm dritter hier hat er boom würde ich gespinnen ist nicht ganz das letzte was ich hasse mein leben wollen wir schon neu würfeln du brauchst den controller nicht das auszahlen weiß ich nie vor wollen wir noch neu würfeln ne passt ne also kommen die beiden bots zuerst und das beste kommt zum stoß ne aber pizza und rosalina äh gefährlichste konstellation drücken wir haben gegen die beiden sommer gespielt und das ging nicht so gut mit dem kollegen in dem kleinen typen von gegenüber so ja endlich jetzt weiter mit maro party machen zum marathon hier ein schöner glänzender stern ja aufnehmen macht natürlich wenn es wohl die meisten sterne essen wird das wird spannend dann mal los alles aufgeregt ja wir sind alle richtig aufgeregt sie sind zu gewürfelt krasser scheiß spielt sie halt wach rosalina ich hab grad gesagt was von zeiss ja rosalina würde sagen ich bin leicht mario party wirst du eigentlich einen soundtrack hören gut was so jetzt ist der gute mario dran also ich bin dran was ist würfel ja geil irgendwie rosalina die hure hat ne gar nicht gesagt dass das kinder fernsehen hat den stern was ja die ist nicht so runter im stern aber man braucht dafür sehen münzen ja die hat sie bis dahin auch wir sind so krass nicht so krass ja den ersten platz hahaha ja moin ja moin Ich bin bereit. Ich meine, ich sag glaube, es funktioniert. Dann drück SL und SR und dann fang mal an. Das dürfte ja nicht so kompliziert sein. Der Bock darf noch nicht gewinnen. Ich komm mit ihm den Switch. Was setzt du? Ich bin drüber drüber gerannt und hab geklickt. Ich setz mal hier. Ich setz 20. Ich glaube, wir waren alle deutlich untersetzt. Oh mein Gott! Der ist doch krass am Ball. Oh mein Gott, ich hab's aber voll richtig hier. Und das war einster... Ich bin gut im Setzen. Trotzdem ein bisschen zu mir. Ich hab zweiten Platz, Alter. Sag mal, ich hab geraten, ich hab zweiten Platz. Ich hab geraten, ich fast nicht am ersten. Nein, das war eine Skill. Und hat die übelste, deine Sips-Fresserei. Weißt du, wie gut Videos ankommen, wo man Sips-Rasseln hört? Mhm. Gut, ne? Also, siehste Leute, Skill... Eieieiei, was sind das hier? Skill ist hier so richtig Karte da. Oh, sie hat ein bisschen anderes Feld. Da bin ich ja mal gespannt. Also, sorry, dass das paar Monate irgendwie kein Mario Party kam. Lag an den Umständen hier. Das ist keine Ahnung. Sicherlich den fucking Stern nicht. Das heißt, ich verret' mir. Aber da ist sie mit dem Stern nix der Runde kriegen, wenn sie jetzt da reintritt. Ja, außer wir sind da Vorhalter, ne? Äh, und daraus wird nix. Oh, die verliert nochmal mehr zu. Das weißt du nie. Ich esse mich jetzt da lag. Hä? Wie willst du dich retten? Wir müssen uns teleportieren lassen. Fürs Erste. Na, ich hab nicht viel Luck. Oh, du. Ja, es geht. Ehrlich gesagt, bin ich da sehr, sehr geil drauf. Erstes, find. Fürs Erste, auf den Teleport zu verzichten. Wieso? Bist du ja geil drauf? Ich hab den übelst geilen Würfel. Bring, bring. Ja, aber du bist halt nicht weitergekommen. Ja, weißt du, warum? Der so geil ist. Ich hörte sich jetzt die reicheste Person auf diesem Bitch Campus bin. Sondern, wenn du, wenn ich jetzt teleportiert werden würde, wäre ich auch in Fällen. Weltjahre teleportiert worden, wo kein Stern mehr ist. Wir können die, ihr könnt die Münze nicht mehr wegnehmen. Ich will, was wir machen. Das ist ein Argument. David, hier unten rein. Pürf. Wir müssen, wir müssen die langsam runternehmen, oder was? Äh, nein, wir müssen das Zeug herunterhauen. Ich hab jetzt erst gesagt, dass ich grün bin. David, du Stück. Wir müssen gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Ja. Wir müssen jetzt schneller sein als der Anlage. Na, gar bitch. Ich hab's da stunten. Lass ihn nieder, man. So, aber wir ballern gleichzeitig auf Vitalpunkte. Der Klotz oben in der Mitte. Jetzt gleichzeitig. Und das hier hat ein Bot hier, Ristik. Ja, doch. Dann wär ich mit. Ja, doch, der macht halt einfach hier mit. Ja, okay, rüber. Damit. Er wird abgeräumt. Jetzt mach jemand mal ganz links, das, was hier ist. Ich hab noch nie ein schönen Klötzchen runtergeworfen. Alter, wir sind halt so krass viel weiter. Ja. Lustigerweise, wenn ich jetzt ansatzbar so ein Spiel, gewinne ich es immer. Ach jo, ach jo. Hallo, du klatschst halt immer nicht mit ein. Ja, ich klatsch nie mit ein. Ich hab trotzdem zwei Mützen bekommen. Ich hab aber die Mirko-Qualität passt einigermaßen mit Leute. Ich hab das jetzt halt so Angst, dass man es von hier hinten hört. Bin erster Unverändert, bitch. Ganz geil, Omatico. Jawohl. Guck, sie holt sich den Stern, man kann sich nicht dran hindern. Äh, doch, man kann sie umbringen. Geil. Nein, kann man da nicht. So klappt sich denn jetzt. Jetzt wird der Ente da hinten auf der Meloneninsel landen. Auf der Melone. Das ist der. Ja, wieso? Kommst du auf? Oder auf deiner Mora? Yeah. Oh. Peach hat einen Stähnen. Äh, Daisy hat einen Stähnen. Den kann man hier in den letzten zwei Runden mit dem fucking Lakitu wieder abgeiern. Ach, wen juckt das schon? Wuhu, Daisy übernimmt den ersten Platz, jeder Maxi. Was machst du mit der Controller? Ich glaub, ich muss ihn hier oben halten. Ich weiß nicht, wie ist das? Dich witzist du? Das ist in der Exxor zum Interview. Du hattest hier vorhin das gefunden. Äh, doch. Äh, nein. Dich verarscht, damit du draufstehst. Das war mir schon klar, dass man sie schon wieder da drüben ist, halt quasi am nächsten Stern dran. Möge sie sterben und verrotten. Oh nein, nicht wieder am Anfang. Oh, auf dem Pest fällt, das gibt's Pest. Oh, russisch Roulette, wegen sie stirbt. Oh, der Stern wird versetzt. Oh mein Gott. Ach so, die wird versetzt. Ich dachte, die Stern wird versetzt. Haha, ich hab direkt gekommen auf die Meloneninsel. Und mein Kollege, vielleicht noch wieder selbst ist das meine Kopfhörer. Oh, oh. Was ist denn das? Was? Ich hatte keine Ahnung, dass sie hier ein... Ja, man kann's ja nicht lesen. Unquer in der Brücke ist gefährlich. Okay. Das Ding beobachtet uns alle. Mit seinen Tentakeln. Nee, ich will mein Item nicht ausprobieren. Ich will erst mal so würfeln, Lel. Hentai! Was? 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 Was hast du jetzt hier geißen wirst? Hm, ich kratze mir an den Eier. Das tut mir leid. Das ist nur meine Pflicht. Oh Gott. Meine Pflicht, dumm zu sein. Ich bin auf dem behindertsten Feld gelandet, was es gibt. Das war nicht so dope hier. Eine halbe Stunde oder die zwei Stunden, wo wir eine Aufnahme setzen machen. Auf die Klappe geben. Oh Gott. Irgendwie lachen wir viel zu sehr darüber, als wir sollten. Ja, ich versteh das nicht. Ich aber. Lass nochmal. Was muss man machen? Wir müssen die mit Pfeilen treffen. Achso, ist doch easy. Okay. Das heißt, sie wussten einfach nur mit den Pfeilen. Wir müssen sie mit drei Pfeilen treffen. Das war's. Alle zusammen, drei Pfeile auf das Ding. Nee, nacheinander. Das ist gar nicht so einfach, wie gesagt. Free Aim! Yeah! Ach so, doch ist es einfach. Das war einfach noch am meisten Pfeile. Ich bin übrigens Erster, weil ich glaube ich noch am meisten Dinger übrig hab. High Quality Content, Sid. Und das ist einfach so ein und einfach so eines. Ist immer so was, der ist jetzt hier so an. Ist ja so was. Ui. Oh. Ja, eins aufs Maul! Aber hallo. Ach du scheiße, minus 8. Ich hätte aber heftig was abbekommen. Rosalina läuft über die gefährlichste Brücke. Ich werde bestimmt, dass die Jakobus für Fiss sie jetzt holen wird. Ja, bitte. Ne, mischen wir jetzt. Die Brücke ist kaputt. Ja, geil. Mann, Rosalina, du dummes Kind. Jetzt muss der Klienta kommen und das reparieren. Aber Mario. Der Klienta muss ein Rohr rein. Nein, nein, wir sind die Jugend frei. Du hast die Wahl. Ja, das wissen. Aber Moment mal, ihr Ereignisfeld, der macht mich hier direkt so kalt. Ne, ne, tut er nicht. Doch, das ist... Aber das Stern ist da. Ja, dann geh rüber. Nein, das machst du nicht. Nein, die ich da an den Starten vergiss. Dann wird gleich an den Start geballert. Ich gehe lieber hier hin und holen wir ein Item. Ich schuue, wenn es keine Konkurrenz gibt. Muss ich ehrlich ernsthaft sagen. Dann hol ich mir lieber ein Item. Uiuiui. Ein Turbo-Pilz. Achso, Konkurrenz. Ich weiß nicht, Mama Mia. So, die nehmen ich es jetzt immer, wenn du eine Saisal-Boss machst, mache es so. Stopp. Also, concentrate. Aber Mario. So ein Scheiß. Du kommst halt nicht mal rüber in die Nähe. Oh. Haar, Sucker, Dig. Wenn du Glück hast, wenn du hier ein Stern. Du bekommst keinen. Bullshit. Aber hey, du hast einen Haufen Münzen bekommen. Pflanzen-Pflege-Pumper. Pflanzen-Pflege-Pumper. Pflanzen-Pflege-P Save Fürs. Not gazeworkers-Polz. In sowas bin ich der Beste. Merkt was das. Aaron-P reported. Komm ich an meinen Zähnen dran, Alter. Auf die Plätze. Stopp. Du musst mit Deine Zähne machen. du bist so dumm alter weißt du wie schnell nicht besser ist ich hab heftig gemacht du musst immer wenn du die pumpe ganz oben ist wieder runter drücken ich weiß also eine attack das kind hat uns weiter weist wedelt hier wie wild es will ich bis zum ersten mark hat gespielt wenn sie um die mini spiele gehen würde welcher sieger von einem würde alles zu meinen bitches machen jetzt kommt die medis-jahr dran hier der medis-runde der markt das Nimmst du den ganzen Greenscreen mit? Was? Help me! Hab ich gerade. Hier ist einfach nicht viel Platz, ne? Du bist. Ich weiß, dass ich bin. Aber Mario... Oh Gott! Oh nein! Nein! Bitte Stern wird versetzt. Komm, das wär so geil. Stimmt, der kommt quasi direkt... Der kommt direkt zu mir, Alter. Der kommt direkt zu mir, Junge. Oh fuck. Ja genau! Alter! Betrug! Du verlierst 10 Münzen! Pass mal auf, dass du nicht dann übersalierst. Also... Betrug hier. Zum Vergleich. Die Spiel ist einfach nur Betrug. David! Ich weiß, du warst von der Stange, aber... Oh nein! Kein Todtipp! Irgendwie machst du einen Todtipp! Hä? Nein! Ich habe keinen Todtipp! Dann einfach alle schnell durchskippen! Todt! Ab Endes rein spammen! Todt! So! Geh zurück, sonst hört man es nicht! Sooo! Nein, jetzt hast du gerade übelst übersteuert! Wollte ich nicht! Das war alles Davids Idee! Ja, übertreib! Guck! Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Die Lage kritisiert sich! Richtig! Oh Gott! Oh man, ich wollte... Oh David! Das ist eine ganze Massung, was es geht! Was es gibt! Jetzt gibts auf die Liste! Oh Gott! Gibst du uns auf die Lichter? Oh nein! Oh nein! Das ist richtig scheiße! David hat keine Songs, wenn ihr so dritt seid bei der Scheiße! Ich hab... Meine Teamkameraden sind idiotisch! Ich bin selbst die Schote! Hallo! Das Hörkorn hautet eben auf die... Ihr werdet so hart gewinnen! Aber jetzt weiß die, wie es geht! Oh nein! Ich kann das die nur alleine machen lassen! Ganz toll! Zika 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 Hangen wir an! Ja! Lass ihr die Spiel weg... Zeit für die Hinrichtung! Ihr habt wirklich so viel Vorteil! Ich kann das ja nicht einfach nur wahllos rumlaufen! Fuck! Werden Punkte abgezogen und mehr aus Falzerhaut? Wer weiß! Ich weiß! Das hat ja einfach so einen Vorteil! Ich hab erstmal einfach daneben! Jürgen, was ist das? Mario! Meiner ist gerade behindert! Geistig am Ende! Geistig am Ende, Alter! Weißt du! Ich satte einfach so dritt für dieselbe Scheiße! Ich allein machen muss! Ich kann das irgendwie auf Scheiße aufteilen! Fertig! Und es lag mir tot! Es ist belastend! Was? Von wie reich ich bin! Belastend ist das! Alter! Das wird das alsbald umändern! Das wär's! Ja! Nimm mir einen Stern für 10 Kralle! Und der sich an ihrer Inkompetenz stirbt und vom Mega-Blooper auf die Straße gesetzt wird! Weißt du warum? Weil sie eine B***! Verdammt! Jetzt noch einen Moment! Nein, das übersteht übelst wenn du an einem Ding rumfummelt! Oh Gott! Haha! Fummeln! Mann! Ich wollte ein paar zum Sack der letzten Runde! Ach! Da werden die paar Dinger hier halt länger! Nein! Ich wollte ja nicht ja kein Item verwenden! Warte mal! So was mache ich dann das Spielbrett an! Wo ist denn das denn? Nicht in meiner Nähe! Also wurf ich jetzt einfach nur mal! Äh! Was soll ich das wählen? Ich will mal Rest! Weil der hier... Eckige Geschenke! Eckige Geschenke! Eckige Geschenke! Weißt du da packst auch noch nen Topf nicht rein! Wieso? Ich hab die Vertraut! Das sind Troll-Geschenke! Ich glaub das sind alle Trollgeschenke! Ich hab übrigens schon wieder 8 Münzen verloren ne? Ich hab 18 Münzen verloren in den letzten paar in Runden! ich wein um dich krasser mist ich mag diesen würfel du kannst nicht du kannst nicht unterdingen münzklopfe ja das ist wieder damit oder oder es erwischt dich jetzt erwischt euch werde ich alle niedermähen x im sinn besser als xx was sind das eigentlich was das dreierteam gewinnt also du musst die frage auswählen oder was ja muss beantworten was ernein du muss die frage auswählen wir antworten müssen gottes das heißt okay ich verstehe das prinzip aber ja das dreidchen gewinnt nehmen mehr sage ich dazu fang mal an ja mal gucken mal gucken ob ich euch in die hölle schicken kann mal sehen das ist ein kleiner dummer kumpa so siegen ja alles scheiße hier okay ich habe guter gesaut das waren alles scheiß fragen könnte ich alle beantworten wir müssen über alle reste kommen so krass legendär die erste frage ist so ein gewinnbringer was soll ob dies weiter jetzt welches video gab wird was tust du arschgesicht ich glaube hier ja möge einer mögen zwei von euch sterben fuck ich glaube die sind intelligenter ich vertraue es bei meinen kollegen was ich damit spüren werde ich werde erst an sieben eins zwei drei vier fünf sechs in der video video im live stream nachgucken gegen abspann noch mal angeguckt genau das ist doch betrug hier das war's mit dem part im nächsten part geht es weiter mit dem was das machen wird macht's gut liebe leute bis zum nächsten mal oh gott hier bei mir ist hier gerade alles scheiße so wir warten im nächsten part geht weiter geht's weiter macht's gut bis dahin und ciao bis zum nächsten mal